hallo youtube wir sind hier im kampf gegen den pullen ich kann hier irgendwas zurück ich hab mein klon da gerade mal abgestellt aber der folge ist halt hier jetzt abwarte ich muss wahrscheinlich da der muss dort dagegen jetzt warte der muss dann dort dagegen rennen muss dich du musst woanders im klon hinsetzen und wenn er auf dich zu rennt dich weg klo und schnell einmal das war noch zwei du musst jetzt musst du die zeit aber er hat mich gerade erst bei mir aber jetzt 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 auch ich bin tot warte da muss ich nicht weg ich mich ja bei ihm musst du mit diesem flitzen arbeiten es geht alles nicht anders ich stehe ok es ging ja hallo youtube hallo youtube der kampf ging jetzt doch nicht so so lang wie wir dachten warte mal ich kann hier das schon vorbei ja du musst jetzt hoch kann jetzt dauert jetzt bestimmt noch ein paar stunden bis ich das hingekriegt hat ich bin in zeitlupe gefallen das ist ja lustig entschuldigung mir leid das ist leider nicht zu entschuldigen warte mal im stream da darfst du das dann alles machen da stehe ich dann einfach nur da und halte die zeit fest ich kann doch nichts dafür dass kodi die aufgabe hat ich habe sowieso das gefühl dass may hier die ganzen jump and run aufgaben kriegt der may ist ja auch sportlich und dynamisch da kannst du loslassen ähm wow das ist voll auf mich drauf gefallen so auf jeden fall hallo willkommen zurück youtube zu einer neuen folge it takes two müssen wir hier hoch ne ich glaube wir müssen einfach nur durch oder nicht keine ahnung aber das ist jetzt nicht so kompliziert weiß es nicht da kannst du auf jeden fall irgendwas machen hier da müssen wir doch hoch kannst du dazwischen springen warte mal kurz bis hier hinten ist nichts ja aber das kommt nicht zu weit auseinander was ist wenn ich jetzt loslasse sind die hier näher zusammen die sind halt auch so weit auseinander da kann man auch nicht ne die sind auch zu weit was passiert denn oben das dreht sich einfach nur äh passiert mit den anderen was wenn ich hier die ne aber die sind alle so weit auseinander uh warte mal müssen wir wieder irgendwie mit meinem klon arbeiten oh warte mal ich muss kannst du dann irgendwie hoch mal guck mal da oben ist dann ne plattform die ich hin und her schiebe warte mal ich habe ich will mal was probieren ne das geht auch nicht warte mal müssen die immer parallel zu dem zu den anderen sein aber die sind ja auch mal unter oh warte 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 mal schieb nochmal kurz hin und her warte mal wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier dran bin oh weißt du was hast du genau okay so hu ähm ah war knapp hier kann ich nichts machen hier ist ein Loch kann ich das nur in die richtung schieben okay ich kann das ah warte ich muss das da ne kannst du es ziehen ne auch nicht ich kann es nur schieben also ich kann wirklich nur in die eine richtung ich kann hier links und rechts habe ich nicht und wenn du das ich stelle dich mal so dahin dass du da drunter stehst ungefähr jetzt mal gucken so oh gott ich hoffe da bin ich tot weiß es noch nicht so warte mal oh ist hinter mir aber warte mal ich kann jetzt die zeit zurückdrehen ah warte mal dann schieb das ding nochmal hoch okay stehe ich dann drin richtig eigentlich sollte ich dann oder du musst ganz oben drauf auf die Lampe also auf den obersten Deckel ich bin in den Scherben gestorben ja cool perfekt ah so einer muss jetzt rüber bleib mal stehen ich guck mal ah warte mal komm oder du stehst ja du stehst hier oben einen Klon hin genau und dann warte ich bis du drüben bist und komm dann rüber so gut die die rennt wie ich weiß nicht okay wir haben es um zwölf oder soll das zwölf sein äh äh ich bin schon tot ja wir müssen hier springen über die Zeiger äh 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 oh Gott das war knapp ja eine übertreibt halt hier noch in die andere Richtung na klar äh oh mein Gott ha 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 mach nicht so einen Druck Mei ha wow echt jetzt das war gemein direkt vor mir gebremst ha 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 weil wenn du dann wieder spawnst und das Ding kommt direkt auf dich zu ja bin ich bald mal oben ja bitte doch der zieht so aus echt no really ich bin ein einziges Mal gestorben und das war am Ende wo wir einfach beide RIP waren ey okay also da unten steht es glaube ich besser weil es so schön war wir wollten es einfach nochmal machen da wir wollten einfach dass ihr es nochmal seht gerade so spannende Musik die haben wir hier nicht allzu oft weil wir unsere Puppen da am Rang zu ganz langsam so ey schon wieder die gleiche Stelle bis eben so langsam wurde äh oh Gott knapp scheiße jetzt nicht nochmal beide sterben da wir haben es geschafft ja gotcha wuhuu wuhuu da haben wir wieder die tiefen Wahrnehmung, gell? Na, links. Na, links. Und jetzt? Warte, der hier. Ach, da. Okay, ich bin drüben. Oh, nein. Oh, das war so knapp. Warte mal hier. Schaffst du das? Oh, okay. Wieso? Oh, du hast verklippt. Du musst halt den richtigen treffen. Das ist halt echt schwierig. Was ist denn jetzt los? Das ging gerade viel besser. Oh mein Gott. Ja, easy. Erwischt, ja. Oh, no. Oh. Okay. Ich hoffe, wir müssen hier oben rein. Ja, muss man. Ich wollte an das andere Ding. Ist das dein Ernst? Ja, 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 easy. Sieht aus wie der nächste Bosskampf. Oh. Oh. Whoa. Was ist das? No, ich will nicht wissen. Ich will nur raus. Oh. Es ist zu late für das. Oh. 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 Was? So eine Vogel im Auge behalten, ich seh ihn nicht, da! Oh, der macht Löcher hier rein. Oder? Ja, aber wir können... Was macht... Von oben kommt Schatten! Wir müssen einfach ausweichen, glaub ich. Jetzt müsste vielleicht das Glas runterfallen, wenn der hier das letzte... Äh... Krasser Vogel! Warum ist der so böse mit uns? Warum ist der so böse mit uns? Ich weiß nichts! Oh, warte! Ich habe es! Boom! Okay, okay, wir haben es geschafft! Oh, wir sind an der Kirchturm oben, oder? Hey! Oh. Oh! 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 Ich war auf einmal weg! Du bist gleich in die Lücke gefallen. Also eins steht fest, ich bin in diesem Spiel schon definitiv dreimal mehr gestorben wie du. Oh Gott. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich denn? Wer bin ich? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wow, 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 wow. Oh! 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 Ich bin weg. Oh, Hilfe! Ich bin gerade, Oh Gott. Nicht. Uh. Is it over? Oh Gott. Was passiert hier? Oh, du bist raus, oder? Oh, 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 gott. Baby, this is our way out. Oh, oh, oh. What? Alter, das war jetzt mein Glück, dass wir da durchgekommen sind. Scheiße. Äh, ah. Feinlich, ich seh dich ja immer noch. Oh, mein Gott. Was passiert jetzt? Äh. Warum? Ich weiß es nicht. Äh, was? Äh? Äh, was? Wir müssen die Ohren zerstören, oder? Wir müssen die Ohren zerstören. Okay, ja. Geh nach oben rechts, nach hier unten links. Mach ich die oben noch? Oh, oben noch. Machst du? Ja. Was ist das hier? Das ist total abgedreht. Aber es ist cool. Oh. Oh, mein Gott. Alter, diese Explosion, wie letztens im Bienenstock. Alter. Mächtiges Bada Boom. Was? Kann dir Zeit... Ja, warte bei Trimler zurück wieder, bitte. Warte, warte, warte. Stopp, stopp. Oh Gott, ich fliege in Zeitlupe. Weiter, dreh. Warte, stopp. Stopp, stopp, stopp. Okay. Wo musst du jetzt hin? Weiter, weiter in die Richtung kann ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Dann dreh mal an die andere. Okay, hier. Ah, ah, da. Warte, warte. Okay. Jetzt. Machen wir einfach weiter. Nee, da bin ich... Bin ich jetzt hierher gekommen? Ah! 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 Oh, hui! Ah! Ich seh nicht! Ich hab nichts gesehen. Ich muss halt mit bei dir jetzt irgendwie gucken. Okay, dann machen wir weiter. Also, das ist Maximum in die Richtung. Dann können wir mal... Ja, mach mal die andere. Ah, weiter. Ah, ah, warte. Okay, oder? Okay, wieder die andere. Okay. Weiter. Weiter. Oder? Ich weiß nur noch nicht so wirklich, was wir jetzt machen sollen. Oh, nein! Oh, ich bin voll in die... Ey, dieses Langsame. Dass du so langsam bist, okay? Oh, die... Nee, weiter in die geht nicht. Warte mal an die andere. Ah, ah, du... Zurück, ja. Okay. Häää! Oh, Alter! Gut. So. Okay, weiter in die geht nicht. Oh, du bist jetzt bei mir gleich. Hinter... Ja. Kannst du hier irgendwo hin? Ja, hier... Ich kann hier runter. Okay. Wie denn? Bist du witzig? Okay, lass los, glaube ich. Du bist... Ich hab... Kann ich loslassen? Oh, wir sind getrennt! Wir sind getrennt, das wird jetzt... Oh, mein Gott! Oh, jump and run, Leute! Äh... Oh, mein Gott! Das ist eine große Explosion! Das ist... Ah! Ich fühle mich anders! Ich auch! Ich hab genug von dir, Klub! Ja, lass uns das machen, Mann! Was machen wir da? Wir drehen die Zeit wieder zurück! Ich bin total verwirrt! Ich auch! Dieses Kapitel ist echt einfach nur strange. Mega cool gemacht und auch optisch wunderschön, aber echt einfach nicht strange. Warum bin ich links? Warum bin ich rechts? Oh! 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 Ich fühle mich, wie du fühlst? Huh? 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 Ich fühle mich. Ich fühle mich. Du musst du auf deinem Wettbewerb, Herr... ...Buck of Truth? Aha! Okay, okay! Das ist die Weise du willst? Ja. Aha! Aha! Okay! Du magst es? Ja. Okay! Aha! Aha! Okay! Let's do es! Ah! Ah! Mama, es läuft! Das ist wieder wieder! Der Vögel ist wieder! Ich bin im Team. Sie lieben es, wenn die Zeit Zeit sind. Couch. Und Lesson Nummer 2? No! Gut! Ah! What else besides love makes couples stay together? Yeah, mortgage. Kids. No! Attraction! Ta-da! It pulls people together. We don't need attraction. We're getting divorced. Aha! That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. Angst, was jetzt kommt. DING! Dan, DING!! What are you doing? You don't like? No! Okay, okay. You're entitled to your own opinion? Noooo. Ah! Ach du Gott. Maybe. French. Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist nicht so, wie es funktioniert. Ein Magnet hat immer beide Polen. Hahaha! Nicht diese Magnets! Komm her! Oh! Hey! 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 Where'd it go? Hey. Why does this place look so familiar? Yeah. Oh, wait! Hey, you recognize that mountain? Yes! This is where we had our first skiing trip together. Yeah. Hola, little ones! Oh, no. We're stuck inside that snow globe we bought there. Get to the top of the mountain to receive your next piece of the letter. Yeah, what if we freeze to death trying to get there? Hahaha! Use your magnet powers and the attraction will warm you up, baby. Uh-huh, yeah, you feel that? Mwah! 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 You like? What is wrong with that guy? He's obscene! Oh, God! Oh, chilly! Yeah, let's get moving. Let's get moving. That'll warm us up. Yeah. And maybe we can warm us somewhere inside a long way. Oh, I sure hope so. Ich würde vorschlagen, wir erkunden das hier in der nächsten Folge, oder? Ja. Wir fangen ja in der nächsten Folge ganz in Ruhe hier an. Oh, das sieht schon schön aus da hinten, ne? Gemalt. Wir sind im Schnee angekommen, mir wird direkt kalt. Dann machen wir uns jetzt einen Tee. YouTube. Holt euch mal was zu trinken. Also in der nächsten Folge. Und dann spazieren wir durch den Schnee. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken, YouTube. Macht's gut, YouTube. Tschüss! 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 From Nowhere to the